Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht, wo das Medikit ist. Wir haben jetzt mit allen schon geredet. Ich frage die nochmal. Ja. Vermisst ihr Nora Medikit? Das ist wohl das, was mir bewusst ist. Aber wo zur Hölle ist es? Naja. Hm. Na, dann wollen wir mal dahinter her. Ach Gott. War klar, dass uns jetzt sowas ins Gesicht rotzt. Aber wir sind einfach zu stark für ihn. Dampa dampa. Ach ja. Übrigens, wenn sich jemand beschweren sollte, dass ihm das hier zu lange dauert, ne? Da kann ich nur sagen, shit happens. Denn ich werde dieses Spiel so spielen, wie als würde ich es alleine spielen. Das heißt, mit jedem Quatschen mir richtig schön viel Zeit lassen. Und jetzt spring da hoch. Und nicht irgendwie da durchraschen. Also ich habe immer mal wieder gehört, ja, 20 Spielstunden oder 28 Spielstunden. Das wird es bei mir wahrscheinlich nicht geben. Also gehe ich jetzt einfach mal von aus. Alles andere würde mich sehr verwundern, wenn ich ehrlich bin. Das sieht so cool aus, wenn sie die Attacke annimmt mit dem Bogen. Das hat irgendwie was. Da ist der Noel. Warum gerät der Junge eigentlich in einen Zufallskampf, hä? Hätte ja klappen können. Aber nein, wir müssen das jetzt unbedingt hier machen. Ja, ja. Zufallskämpfe machen so einen Spaß. Hihihi. Das ist ja noch nicht so wild. Ich überlege gerade, ob man da vielleicht nicht wirklich in Zweibrecher übergehen sollte. Weil ich habe jetzt halt erst die Zweibrecher-Verheer-Kombo gewählt, weil ich mir dachte, wäre vielleicht recht klug, aber offensichtlich nicht. äh, nee, falsch. Paradigmen. Doppelkampf. Dann wollen wir mal weiter. Jetzt haben wir dich. Du-du-du-du-dubben. Der Junge verbirgt was. Wie finde ich am besten heraus, was es ist? Ich spende dir ein Jahr lang Mittagessen. Junger Mann, was hast du ausgeheckt? Sprich ruhig offen zu mir. Ich werde nicht schimpfen. Es reicht dir. Ach, komm. Anti-autoritärerziehung. Ich sollte es noch einmal versuchen. Vielleicht wird er es mir beichen. Schimpfen macht mir auch keinen Spaß. Du musst nicht sprechen, wenn du nicht möchtest. Schluss mit löstig, pack aus. Warum bist du von Maki weggerannt? Du bist von Maki weggerannt, nicht wahr? Du hast etwas gemacht, was du nicht tun solltest? Ich habe ihn auf dem Roboter arbeiten. Und dann habe ich ihn gesehen, und dann habe ich es einfach... Ich kann mich nicht helfen. Das sollte gut sein. Und dann, was ist das? Ich habe ihn nicht geworden. Ich habe ihn nicht verweich. Ich mache mich sehr glücklich, wenn meine Schüler nicht verweich. Ich bin ja, Frau Farren. Ich glaube, ich werde ihn sein. Die Wahrheit ist, ich habe etwas für Maki. Und das ist warum er dich schießt? Was hast du? Boah. Warum hat Maki die Kette von Sarah, die gleichzeitig das Versprechen von Snow? Nein, es ist meine. Es ist ein Wunder, eines von einem guten Freund zu mir gemacht. Sarah, ich glaube dir. Ihre Freundin ist in der Lage. Sie ist in einem Ort. Danke, Snow. Hier, du gehst mit dir ein bisschen an. Wenn ich zurückkehre, wird es mit Leitening sein. Dann gibt es keine Chance, dass sie nicht sagen können, wenn wir uns heiraten. Okay. Okay. Und das war die letzte Mal, dass ich Snow gesehen habe. Die Erinnerungen, die ich von Leitening, standen auf dem Plan, hinter der Kogun. Er war der einzige, der glaubte. Er glaubte ihnen genug, um etwas zu tun. Das ist, warum ich hier warte. Und nichts tun, richtig? Leitening und Snow sind lange weg. Aber du sitzt hier noch und warte. Warum hast du sie nicht nachdenken? Ja. Snow wundert sich, warum Sarah ihm nicht gefolgt ist. Was antwortest du? Snow bat mich auf ihn zu warten wegen den Kindern. Ich habe Snow vertraut. Ich wollte ihm folgen. Ich habe Vertraut in Snow. Er ist ein Heroin, nachher. Und hat diese Vertraut genug gemacht? Nichts von euch wollen, aber hier bist du allein. Ich glaube nicht, dass ich das weiß? Entschuldigung, ich sollte nicht sagen. Aber du sagst mir, was ein Heroin ist, wenn er nicht hier ist? Ja, ja, das ist auch das, was mich so sehr ärgert. Ich meine, denk mal an die schönen Zeiten von 13 zurück. Denk mal daran, wie Snow da kniete und versuchte, selber mit diesem Stück Metall aus diesem Kristall zu schlagen. Also sie da aus dieser Fassung zu holen. Und er ist durch die Hölle gegangen für sie. Und jetzt, wo sie ihn am meisten braucht... Ja, so lassen wir das. Jetzt, wo sie ihn am meisten braucht, lässt er sie alleine. Und das ist ein Charakterzug, der nicht zu Snow passt. Ganz ehrlich. Wenn er wirklich Lightning hätte suchen wollen, dann hätte er es selber mitgenommen. Dann hätte er es selber nicht alleine gelassen. Also so sehe ich das. Finde ich. Also, ne. Kann auch sein, dass ich da jetzt wieder falsch lege. Weil ich hatte ja den... Ach, egal. Jedenfalls ist es meine Ansicht, dass ein normaler Snow so nicht reagiert hätte. Also unser Snow. Ach, das war's schon. Das ging ja relativ fix. Ja, Bonus gekriegt. Ein Heiltrank. Was sagt denn die Karte? Wo müssen wir denn jetzt hin? Wir haben kein Ziel mehr. Nicht so schön. Aber da ist jetzt auf einmal was ausgegraut. Wieso? Keine Ahnung. Mir wurde übrigens gesagt, ich hätte irgendwo eine Kiste übersehen. Also, wenn ich ehrlich bin... Keine Ahnung. Also, klar. Dahinten ist diese eine... Warte, Moment. Oh! Ich glaube, ich habe sie gefunden. Oh! 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 So süß! Naja, jedenfalls glaube ich, dass das jetzt die Kiste war. Irgendjemand hat mir das auf jeden Fall geschrieben. Was ich total nett fand. Also, wenn Walter irgendwas ist, wenn ihr mir irgendwelche Tipps geben wollt, könnt ihr das gerne tun. Weil, äh... Ich habe jetzt im... dem Lösungsbuch wirklich nur... das Nötigste gelesen. Und mit Nötigsten meine ich halt... das Pystarium. Mehr habe ich mir nicht angeguckt. Der Rest wird, äh... komplett blind sein. Ja. Lass uns zurückkehren. Okay. Ja, ja. Die Schatten finde ich immer noch schön. Ja, Frösche! Äh, komm her! Geht doch. Also, sie dreht sich relativ langsam. Was ich, äh... sehr schade finde. Und verändert sie ihn jetzt? Oder bleibt sie dabei? Ne, sie wirft Ruinen. Hm. Irgendwie süß. Keine Gegenstände halten. Huh? Äh... Wen wollten wir uns natürlich jetzt ansprechen? Ach, wir können mit Noel reden! Hallöchen! Äh... Er ist der wichtigste Mensch in meinem Leben. Er hat es richtig, lässt sich drauf. Er ist mein... Er ist der Verlobte. Er ist mein Fiancé. Er versucht, um Licht zu finden. Er versucht, um Licht zu finden. Du meinst... Er versucht, um zu Valhalla zu kommen? Ja. Klingt ja schon fast ein bisschen eifersüchtig. Ja. Also, wenn ich mir das so angucke, wenn man jetzt hier den Noel hat und dann die Sarah... Äh... Naja, also von der Größe her würden sie auf jeden Fall besser zusammenpassen. Jetzt sind wir wieder hier. Und wieder Cutscene. Ist ja der Wahnsinn. Ja, das ist der Artifakt, ja? Nein. Insofern, meine Dinge sind in Pläne, wo sie nicht sein sollten. Ich weiß, ob jemanden versucht, um zu uns zu spüren. Ich wundere mich. Niemand hier würde etwas so machen. Ich glaube nicht. Unless sie denken, dass sie das richtig machen. Es könnte nicht sein, dass sie überhaupt eine Person sein können. Ich meine, mit Zeit und Raum zu spüren, alles könnte passieren, wirklich. Genau. Mhm. Suche das Artefakt mal wieder. Und nebenbei müssen wir noch ein Medikit finden und ich habe keine Ahnung, wo es ist. Aha. Oh, ganz großes Dennis. Was sagst du? Nein, will ich nicht. Und wo Mama. Und wo Mama. Ich glaube, das ist ein Artefakt. Wir finden ein Artefakt. Just wie Noel sagte, wir würden. Das bedeutet, dass alles andere, was er gesagt hat, ist wahr? Er hat wirklich mit Lightening in Valhalla? Vielleicht. Als ich durch die Garten stehe, werde ich meine Freunde, meine Studenten und die Stadt für wie lange. Kannst du mir sagen, Lightening? Ach ja. Das Gigantenartefakt... Was? Was ist denn? Äh, blaue Schleife, Alden. Ist das ein Dekor? Tatsache. Ach ja. Das Dekor ist doch nicht so. Da gehen wir noch später drauf ein. Irgendwie hübsch. Ähm, also der Spiegel. Sarah finde ich immer noch ziemlich unförmig. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Die sieht sehr männlich gebaut aus, abgesehen von ihren Brüsten, die sie hat. Ja, also LeBrow sieht weiblicher aus. Ich meine, selbst Lightning sah weiblicher aus. Was ist das denn? Hm. Hallo. Immer noch? Ja, also die sieht viel weiblicher aus. Sie hat zwar auch relativ breites Kreuz. Oh, da ist ihr Tattoo. Ne, aber ansonsten. Hier läuft in Strapsen und roten Schuhen durch die Gegend. Ich meine, guckt euch das Outfit an. Das ist farbig eigentlich relativ gut abgestimmt. Und dann diese roten Pufflatschen. Kann ja quasi gar nicht wahr sein. Und ich habe immer noch nicht das Medikit gefunden. Hm. Gibt es eigentlich auch einen Unterpunkt Mission? Nö, offensichtlich nicht. Und KP haben wir auch kaum gemacht. Ich werde diesen Artifakt nehmen und öffnen diese Garten. Aber du hast mich immer noch nicht vertraut, hast du? Ich kann es sehen, in deinen Augen. Ich bin ja auch nicht. Wenn es etwas ist, was du fragst, oder nicht glauben, einfach fragen, und ich versuche, zu erklären. Nun, es ist eine Sache. Was ist es, was du willst, genau? Ein Zukunft, der hat Menschen in es. Ich lebte am Ende des Tages. Ich war das letzte Kind, um zu nennen. Als ich aufgewachsen bin, alle, die ich wusste, sterben, eins mit einem. Bis zum Ende war es nur ich. Alle, ihre Träume fallen auf meine Hände. Ich war ihre letzte Hoffnung. Es war zu viel, also ich bin. Natürlich, vielleicht kann ich nicht wieder zurückkommen. Vielleicht kann ich nicht alle glücklich machen. Aber im Moment, kann ich eine Zukunft wiederholfen, wo alle, alle, zu leben. Also bin ich durch die Tür. Ich war nicht sehr klar, dann. Ich hatte einen Traum, aber ich habe es nicht gedacht. Ich wusste nicht, was es wirklich bedeutet. Aber als ich da hier und sah, wie Sie und Ihre Freunde leben in dieser Stadt, ich wusste, dass mein Traum sein könnte sein. Das stimmt. In Valhalla. In Valhalla. Your sister gave me a chance. She gave me hope. The future can be changed. That's what she told me. And I believe her. I understand. I understand. Thank you, Noel. Thank you for telling me that. Mhm.